Es ist eine verordnete Gewohnheit von euch jungen Leuten, zu lachen, wenn von den Idealen die Rede ist, die der Handel in die Welt gebracht wird. Ihr imitiert nur das Nasenrunden einiger hochgeborener Tagebieter. Sieht man das Heroische nur im Krieg? Wenn ja, ist Handel kein Krieg? Wörter wie friedlicher Handel mögen strebsame junge Kaufleute begeistern. Sie haben keinen Platz in der Geschichte. Der Handel ist nie friedlich. Grenzen, welche die Waren nicht überschreiten können, werden von den Heeren überschritten. Zum Handwerkzeug des Wollspinners gehört nicht nur der Webstuhl, sondern auch das Katapult. Und darüber hinaus hat der Handel noch seinen eigenen Krieg. Einen Unglutchenkrieg, ja, aber nicht desto weniger einen tödlichen, meine ich. Der Hunger nach Brot tötet, die es haben und die es nicht haben. Und nicht nur der Hunger nach Brot tötet, sondern auch der Appetit doch ausgrennt. Trotzdem ist es richtig zu sagen, dass der Handel einen gewissen humanen Zug in die menschlichen Beziehungen brachte. Es muss im Gehirn des Händlers gewesen sein, dass der erste friedliche Gedanke auftaucht wird. Die Idee von der Nützlichkeit eines milden Vorgehens. Sie verstehen, die Idee, dass man sich eben auf unblutigen Wege größere Vorteile verschaffen könnte als auf blutigen. In der Tat ist eine Verurteilung zum Hungertod etwas milderes, als die Verurteilung zum Tod durch das Schwert. Wie auch das Los einer Milchkuh ein freundlicheres ist, als das eines Mastgeibs. Ein Händler muss auf den Gedanken gekommen sein, dass man aus einem Menschen mehr herausholen kann als nur die Gedärme. Aber vergessen Sie nie dabei, Leben und Leben lassen, die große humane Parole. Das heißt doch wohl Leben für die Milchtrinker und Leben lassen für die Kuh.